I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming home Moins Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Video Hier dann, warte Ja, er macht ihn kaputt einfach Ey, wo hast du deinen Pimmel hingemacht gerade? Da hoch? Das ist nicht dein Pimmel Aber sowas ist schon seltener, oder? Ne, in Deutschland passieren solche Sachen auf gezielte Personen Dann sind das wirklich Personen, die wirklich teure Uhren haben, Geld zuhause haben Oder halt, wo man die halt vom Internet aus erkennt Einfach ich Das war die Schule Ja, wie soll die Schule gewesen sein? So wie die anderen 365 Tage im Jahr Voll witzig, Alter Männer denken auch die haben Rechte Geht mal was jagen oder so, bau mir ein Haus, hä? Voll witzig, Alter, die Spülmaschine kann sprechen Ich hab nicht gelacht So, jetzt hau ich dir einen übern Dürz Ja Ja Hör doch mal ein Bild Professioneller Suchtberater Sound? Sound, ja Sound Systemsteuerung Sound Systemsteuerung Bin ich reingegangen und hab die Frequenz geändert Alles Würdest du auch sagen Surfbrett? Ja Okay Dann weiß ich Mit was wir es hier zu tun Alter, was ist sonst Sound und Surfbrett Was hieß Achso, weil das so lang zieht oder was? Hi Mom Hi Mom Tag Was Bruder? Was Bruder? Kreiere sie Kreiere sie verspielte Gemüsespiralen Kreiere sie verspielte Gemüsespiralen Wer denkt sich doch Okay, Digga, Alter, holy shit, ihr habt mich Ich hab selber mit der Familie Elekno Ich hab damit nicht Oh, er hat den Namen geleakt Elekno, wer ist Elekno Den kennt eh keiner, weil diese Großfamilie Aber Leon, muss ich zugeben, ich mag den Typen nicht, aber er hat schon alle hops genommen Wie er einfach nur low ist, Bruder Leons gefährliche Großfamilie Tick unfreundlich, so tapfer und gläubig Sydney macht Mallorca unsicher No 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 I'm not on here I'm not on here Ich hab so das Gefühl, dass viele Streamerinnen Oh Ich sag einmal einen großen Streamer-Namen Dass ich gern mit dem bisschen dies, das machen würde Dann reagieren alle auch Funktioniert das bei Männer auch? Ich hab schon einen Crush auf Arne, der Duck Mich und dann läuft besser Liebe Streamerin da draußen, auch wenn ich weiß, dass ihr das mit OngeMonta auch gerne versucht Na, weil er halt auch ein verdammt gut aussehender Streamer ist Bei mir zieht das nicht Der war sehr gut Herr Lieb Vielleicht kann ich hier einfach Stroh Heißt Stroh auf deutsch auch Stroh, ne? Verdammt, der Typ ist auch lust Die Zellen haben verschiedene Größen Die Zellen haben verschiedene Größen Achtung Carsten, die Insassen haben Bilder an der Wand, für die wirst du gebannt Ich glaub da liegen aber im Moment nur zwei Aber Platz für vier Einzelzellen der Strafgefangenen Ohhhh Das war ein ganz normales Bild an der Wand Was ist das Bild bearbeitet? Das sieht ganz normal aus, oder? Sag einfach Er sieht ein bisschen aus wie Allotricks Sag das mal Nee, das sag ich nicht Nein, sag doch, komm Okay, der sieht ein bisschen aus wie Allotricks Oh, was ist denn jetzt? Hä? Rieft kriegt kleinen Besuch im Stream Hallo? Hallo? Oh mein Gott Oh mein Gott Hä? Es klappt Hallo? Hallo? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Ganz warm Oje, Drachenlord. Nico, einfach der Grieche. Bougie? Jetzt muss ich... Ah, Ladies and Gentlemen. We got em. Also wenn man jetzt eine Person auswählen müsste, mit der man ein Restleben zusammenlebt. Also sagt sie so wie es ist, bei mir ist Sunnyfood. Isa, der Song ist für dich. Es ist Montagabend und wir spielen als Team. Als ich zu dir sagte, ich verscheißen was fürs Meme. Isa, glaub mir. Ich war da nur kurz Wasser holen. Im Keller. Bitte glaub mir. Die Karlespreisgeld für die Ersten in die Tesch. New York, meine Dieben, alles möglich mit dem Cash. Isa, es stimmt, was die Zuschauer sagen. Ich helfe alten Damen über die Straße. Entschuldigung, ich brauche Hilfe. Können Sie mir über die Straße helfen? Okay. Serious? Alter, da ist aber was mitgegangen. Und er ist fit wie ein Tornschuh. Und er ist fit wie ein Tornschuh. Aber klingt doch logisch, oder? Wer ist denn das? Ist das Gegend? Ein Gegend? Ich bin Gegend. Oh, ein Gegend hier. Wow. Schön fischig. Gegend nenn ich den ja. Wie der Typ ne Freundin findet, frage ich mich auch. Tornschuh. Hallo? Nein! Hilfe. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Björk чуть ne triff. Ich bin in Gefahr. Ich bin in Gefahr. Vielen Dank.